Good morning in the morning und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben gerade 36 und ich warte gerade auf Selina. Ich habe gerade schon den Tisch gedeckt. Wir werden jetzt noch einmal gemeinsam frühstücken und wir haben nämlich heute große Dinge geplant. Wir fahren nämlich zu Hellas Show und zu der Show von Mattes und Lisa Röckener, zu Röckener's at Night. Wir müssen jetzt gleich knapp dreieinhalb Stunden hinfahren und ich bin mega gespannt. Wir sind ja jetzt sogar Teil der Show. Wir haben nie mitgeübt und auch geprobt. Es wird auf jeden Fall spannend und ich bin total gespannt, noch ein paar Gesichter von euch zu treffen. Und meine Kaffeemaschine macht sich gerade selbstständig. Aber Kaffee benötigt man an so einem frühen Morgen. Selina ist jetzt auch am Start. Wir haben jetzt gefrühstückt und ich fahre jetzt. Wir sind auf dem Weg Richtung Niedersachsenhalle. Wir haben jetzt noch ungefähr zwei Stunden fahren vor uns. Wir kommen sehr gut durch und ich freue mich total, auch die anderen wiederzusehen. Yes! Yes, Selina, wie geht's dir? Wie ist die Lage? Alles super. Ich habe wunderschön geschlafen im Casa Fee. Und ja, ich bin auch sehr excited. Ich freue mich sehr. Das wird gut. Bis später. Kurzer Zwischenstopp. Wir sind jetzt hier gerade einmal pinken Höhen. Ich warte jetzt gerade noch auf die Selina und dann haben wir noch ungefähr 15 Minuten vor uns und sind dann ganz pünktlich da. Wen haben wir denn da? Und wir sind einfach matchy mit unseren Kribbelfüßen. Das ist so krass. Guck euch das an. Wir haben einfach die gleiche Schiene. Das Wahn ist hier einfach mit so einem Brennannturm. In der Hoffnung, dass uns die Leute nicht sehen. Aber Anja macht erstmal die Wahnblinkerlange. Wir sind jetzt auf jeden Fall da. Und dürfen jetzt parken. Und da ist Amy. Leute, Movies auch am Start. Aber wir sind natürlich heute ein bisschen eingeschränkt, ausgemoviet. Ist der Alkohol schon? Die sieht sehr sportlich aus. Hier siehst du, ist mein Liebling von einem. Thomas, was machst du da? Fotos von meinen Füßen. Das verkaufe ich dann. Ich habe mal gesagt, unser Chat gestern, das war auch schon kriminell. Wir haben immer Fußfotos ausgetauscht. Das ist ja super. Hallo. Hallo. Ich bin jetzt hier einfach gerade in den Stallungen und locke mir die Haare. Darf man auch gar nicht mehr sehen. Das ist so krass. Aber es funktioniert, Leute. Einfach im Badezimmer gab es keine Steckdose. Und da habe ich echt drauf gepokert. Aber am Stall gibt es eine Steckdose. Und ich meine, mit dem Handy, es klappt. Das ist schon eine süße Locke. Die muss ich gleich noch auskämpfen. Tada. Ich bin übrigens nicht die einzige Verrückte. Selina. Gemeinschaftlich ist fertig, Mata. Oh mein Gott, das ist voll. Hella ist wirklich hier. Wie lange haben wir noch Zeit? Halbe Stunde. Ja. Und dann geht's los, dann muss ich rein. Meine Haare sind irgendwie auch so. Oh, jetzt bist du wunderschön. Das hat sich irgendwie nicht viel verändert, oder? Das ist gar nicht so. Nein, das ist einfach immer wunderschön. Ja, das ist ganz einfach. Dann geht's los, aber dann gehe ich zu der Kutsche. Alter, einfach fast alle da. Ich brauche das auch noch. Richtige Girls-Veranstaltung hier. Hyperaktiv noch. In 20 Minuten geht's los. Wir gehen jetzt einmal schnell die Halle angucken. Ich hab's tatsächlich noch nicht gesehen. Julia ist natürlich hier schon Profi. Geil. Oh Leute, ich hab noch meine Latschen an. Oh mein Gott, man kann's schon durchsehen. Krass. Oh mein Gott. Krass. Und da sind schon die ganzen Cheerleader. Es geht gleich los, das ist der Wahnsinn. So sieht's auf jeden Fall hinter den Kulissen aus. Auf zu den Pferden. Zu den Pferden in Pferden. Richtig schön hier. Richtig pretty. Und hier stehen Julias Pferde. Hallo Gainesville. Der ist einfach noch am richtig schlafen. Geil. Noch kurz entspannen vor der Show. Und da Wally. Hallo Wally. Das Motto von Julias Techbox? Pink. Es ist richtig pink. Sogar pinke Halsring, pinkische Bracke. Wo ist dein pinkes Outfit? Mein Outfit ist tatsächlich pink. Aber die pinken Halsen. Reiß das mal aus. Wir haben kurz nach eins. Die Cheerleader sind bereit. Selina ist bereit. Ich bin bereit. Wir müssen jetzt hier dahin. Ich war doch bei Pferde-Camera. Ich auch. Ich geh hierher, oder? Das ist so krass. Es waren schon ganz viele Leute, die wollten Fotos machen. Na, kommen sie gleich durch. Wir sind jetzt Backstage. Hallo. Lisa hilft dir. Glaub' mal an dich. Und gib' ihm einen Daumen. Inge ist das noch ganz sehr froh. Noch mal? Willst du Beef? Ich bin ein Daumen. Ich bin ein Daumen. Ich bin ein Daumen. Die Sekunden. Ich bin ein Daumen. Und wir können mit der Gemeinde runterzählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 1, go! Ich kann euch nicht den Originalton zeigen, da ich dafür einfach die Urheberrechte nicht habe. Aber ich hoffe, es gefällt euch auch so und nehme euch jetzt natürlich weiter mit durch die Show. Take me higher, yeah. Take me higher than I have reached in the heavens. Das ist Pferde, ey! Seid ihr gut drauf! Warum ist das Pferde? Ich kann nicht mehr. Die Regie sagt... ...Körper! Bei der ersten Einwirkungsveranstaltung, wie kann es das denn bitte? Noch einmal machen, noch mal lauter, noch energischer. Drei, zwei, eins! Ja! Wirklich gar nicht. Er wollte sich einfach von meiner mega coolen Challenge, die ich jetzt für dich vorbereitet habe, einfach drücken. Das war der eigentliche Grund. Selina, oh Gott, das war sehr nah. Das ist ja gut aus Selina Challenge gewesen, ja? Ja, das ist ja gut aus Selina Challenge gewesen, ja? Der, der, der... 細,gsanle! Na-N-Dintte! So, jetzt ist Pause. Selina und ich hinken jetzt einmal zur Toilette. Und dann geht's los. Dann ist unser Auftritt. Oh mein Gott. So krass. Update, wie Selina läuft. Super, immer noch nah. Wo müssen wir hin? Da hin. Da müssen wir hin. Ich weiß nicht, wir sind gleich dran. Oh mein Gott. Da geht's hin. So sieht's jetzt hier. Wie hinten sieht's aus? Da sind auch schon Julia und Hela. Wow. Oh, die haben schon die passenden Outfits. Wally im Dressur-Outfit. Sieht richtig gut aus. Und Hela muss mit Ressortsattel springen. Ah, so geil. Und dann geht's. Okay, es ist auch ein bisschen gängig. Ja. Ja. Gleich geht's los. Die zwei stehen hier schon bereit. Wow! Musik 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 Man ist es auch bereit? Ja, wie die 6. Badewandte! Musik Musik Und dann kam auch schon unser Part. Wir haben einige Challenges aus dem Pferdecamp nachgestellt, unter anderem das Apfeltauchen. Ja, leider hatte ich den Sam nicht dabei, sonst hätte ich das auf jeden Fall gewonnen. Und wir haben noch eine Runde Pantomime gespielt. Aber wie es war, seht ihr jetzt. Musik 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 Ponys stehen da rein. Wie cool ist das denn? Oh, die backen aber an. Oh, Pony. Die Frisur auch. Die Schuhe. Ja, kein Glock sein. Das Grafik nichts passiert da, aber auch mit dem Das war es dann auch schon mit Hellas Show. Wir waren einfach alle so erleichtert, dass das alles so gut funktioniert hat. Und dann ging es ja auch direkt schon weiter mit Röckeners at Night. Da habe ich euch einfach auch mal ein paar Szenen zusammengeschnitten und wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ich schicke ihn jetzt zum Bus und so. Und im allerersten Schritt bin ich ganz sehr brav. Und ich schau erst mal, dass du da wieder durchkommst, dass da das Verladen manchmal ein bisschen schwieriger war. Und ich habe das dann jetzt im Haus gemacht und dann kurz mal testet. Ich würde sagen, das war alles genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ganz wichtig, wir möchten auch die Bremse haben. Und hier ist es so, dass ich Ihnen natürlich auch am Anfang an beigebracht habe, dass ich über die Kommande, wenn ich es jetzt nicht mache, weil wir stehen bleiben, Ihnen auf der Bodenarbeit zu halten. Ich demonstriere das jetzt einfach ohne Hilfsrede, wenn ich dann noch ein bisschen stehe. Und zwar hoch. Ich dachte, wenn es so oft gibt. Das passiert wirklich kurz. Das passiert wirklich kurz. Das passiert wirklich kurz. Das passiert wirklich kurz. Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Applaus